Hallo Schatzi, bei der Arbeit, wo sonst? Wenn du schon anrufst, dann fragen. Ah, du hast vor Tattoo machen, okay, okay. Ein Schmetterling, aha, verstehe. Warum? Das ist nicht mehr für dich, Schatz, das ist für junge Leute. Tattoo ist für junge Leute. Du bist nicht alt, aber du bist auch nicht mehr die Jüngste, Schatz. Und du auch sowieso immer zunehmend. Weißt du, wo du diese armen Salamander vor ein paar Jahren tätowierst? Und wir aussehen jetzt wie Krokodil, weil du immer zunehmend. Jede Jahr fünf, zehn Kilo mehr. Ja, und wenn du jetzt Schmetterling tätowierst, vielleicht in fünf Jahren aussehen wie Flugzeug. Bisschen warten, Schatz, bis du abnehmen und dann tätowieren. Du kannst nicht warten. Wenn du schon Vorhaben diese machen, warum du überhaupt anrufen bei mir? Nur aufregen, sonst nix. Mach, was du willst, mich nix interessieren.